Ja, Hallöchen Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Starbound. Am Start ist wieder die Zoe und dieser alte Sack Black Moon. Hi! Ja, unten haben wir wieder den Nachbarn. Wir sind leider ganz woanders gespawnt worden, aber wir gucken mal, ob wir irgendwie wieder zurückkommen. Ihr habt also nichts verpasst. Wir sind nur da oben auf diesem Hügelsimmer gespawnt. Hast du... Du hast beschlossen? Ich bin da. Ich rette dich. Hochste Greifer. Dein Leben. Ich schaff das irgendwie nicht nach oben. Kann man der irgendwie helfen? In der Mitte drauf drauf springen. Geh! Ist der junge Frau da? Neee. So. Ich hab ihr geholfen, indem ich sie runter... ...bedingst, da kann sie... Oh! Ab und zu mal die Vasen kaputt machen, da kriegst du Credits. Ah, nice. Oh! Ich hab das Licht da weggezogen. Hätte ich nicht machen sollen. Ja, ich kann ja schnell... Mein Leben ist auch am Arsch, ne? Also in sie... In sie, äh... Ah, eigentlich ist das Blödsinn. Wieso mach ich denn hier in der Fackel eigentlich hin? Ich mach mir mal Öffnung rein hier. Achso. Ähm... Ich nehm mal ganz kurz die Kissen da oben mit, ne? Und ich... Hier unten. Aber die Stühle nehme ich auch mit für uns. Kann nie mehr als genug brauchen. So, das ist wahr. Denk dran. Denk dran. Denk dran. Denk dran. Denk dran. Denk dran. Also nicht so kaputt machen, aber... Ich hab... Geht's bei dir? Ja. Nee, ich hab ein Spooky bei mir. Oh, so viel Eier ist so viel Kohle. Also Riesse neuner Fläche ist es leicht der mit dauerner, ne? Mit der großen Axt hier. So, ich komm zu dir schnell. Ah, da haben wir der Typ hier. Nein! Nein? Stopp! Aua, 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 aua. Wer war das? Oh, so komisch ist es nicht. Ich kam von hinten an. Schmucki! Oh, oh, ich bin... Oh, oh, oh. In der letzten Ding oben ist auch noch was drin für dich. So ein Chorfragment. Ich glaube, die müssen wir irgendwie sammeln. Wer spuckt da hinten. Ich guck mal ganz kurz, wie ich meine Axt wieder ein bisschen reparieren kann. Iron Ohren? Gold Ohren habe ich gefunden. Silber Ohren habe ich. Wie macht man das mit dem Fakt? Wie macht man das mit dem Fakt? wie funktioniert das zuiyoruz? Wie ist das mit dem Fakt? Wo machen die, wo ist dein Film die Möglichkeit? Auf dein Leben auf, ne? Du bist gerade wieder fast down. Ich wollte dir das nur so mal sagen, ne? Du hast die Neute, ja. Oh, dein Leben, ne? Schon dabei. Achso, schon dabei. Ich komm jetzt von rechts, komm ich an. Ah. Okay. Hier. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist so cool wie ein Fisch hier unten. Wie mit Schiffschrauber hinten dran. Neu. Hm. Oh, ja, kommt noch weiter zu mir. Was ist das? Was ist das? Was? Was? Mein Leben. Was? Speisen. Boah. Welche Richtung bist du gelaufen? Äh, ich bin links rum gelaufen oben. Da wo wir runtergekommen sind bin ich links rum. Ich dachte ich mir eigentlich zu dir. Oh, da sind Dingens. Da ist wie so eine Art Brücke reingebaut, ne? Ne Holzdings. Du bist rechts rum, ne? Nein, links rum. Da müssen wir uns eigentlich gleich sehen. Ja. Da müssen wir uns eigentlich gleich sehen. Ah, theoretisch solltest du nicht bald weg sein. Ach, da kommst du ja. Cool. Hi. Geh nur kurz in die andere Richtung gucken, was da ist. Ah, du hast da unten lachen, ne? Okay, da war ich noch nicht, ne? Okay, da war ich noch nicht, ne? Äh, ich komm da wieder hoch. Was sich da drin befindet? Ne. Ah, sieht gut aus hier unten. Sehr episch, Jun. Ah! Ja, ist nicht so tief jetzt gleich. Ui. Ich möchte die Kohle da oben haben. Hehe. Ich komm so gar nicht dran, ne? Ich komm so gar nicht dran, ne? Ich komm so gar nicht dran, ne? Ich komm so gar nicht dran. Ich komm so gar nicht dran, ne? Ich komm so gar nicht dran, ne? Wie ist das? Ich komm so gut. Ich komm so kurz vor. Ich komm so kurz. welche hat sie aufgelöst. Ok, krass. Oh, was ist denn das? Der Rauschfeld, ne? So, das ist weg. Oh, wir kommen jetzt hin. Oh, haha. So, ich hab die Kohle. Ich hab die Kohle. Oh, guck, guck, da unten. Ist da auch noch was, oder? Au, höre. Äh, höre, ich komm mal so. Au. 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 das ist gut ja spitz axt das dauert ja so ewig im anbauen hier im hintergrund kann ich keine fackel anbauen ja weil halt der hintergrund fehlt hier halt ne aber schnell auf die märschwungs ach du scheiße ja den großen habe ich beim letzten mal eingesperrt den großen mit sand ich mache mir mal schnell mal sand drauf momentan platz wo wird die so totgang ja der große ne axel ja ach die sind richtig und den großen habe ich wie gesagt einfach eingesperrt kann man jetzt mal das glaube ich nicht nur nicht gleich die ganz rauskramen also ich mache uns erstmal hier kleiner zug und schon ab ich habe uns erstmal hier im zug und hier können wir raus kommen nach oben ha eingesperrt schon juhu warte mal ganz kurz den kriegst du so nicht einfach ruhig ganz ruhig erstmal weil wenn der dich einmal haut das ist richtig übel das habe ich gestern mit erlebt ich habe es gleich geschafft okay Oh, schade. Du kannst die Tür durchgraben, ok? Du kannst nur das Zeige holen. Ja, sonst gehst du hier durch die Tür durch. Ach, geht das auch? Gehst du die Tür durch und holst es vielleicht mal. Nein, 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 ist er eingesperrt. Ich tausche mal die Fackeln aus hier. Ich habe Collect-Core-Fragments. Diese komischen roten Dinger, die aussehen wie Kohle. Mh, da geht oben der... Musst du einsammeln. Das ist die Quest. Balken voll, ne? Richtig. Ja, genau. Meiner ist halb voll. Oh, hier drüben sind noch geile Sachen. Kann man nicht so hauen? Nee. Da musst du ein Loch machen. Hier so ein kleines Loch reingraben. Das ist doch ein Loch. Nee, hier so. Aber der tut richtig Autsch machen. Okay. No! Nee! Tschüss! Mach, mach! Ley! gems! Tschüss. Tschüss! CIach! Tschüss! 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 Das ist die große... Super. Wie geil! Dann machen wir trotzdem frei hier. Okay, cool. Beide heilen sich hier erstmal. Nice! Ach, ich hab die Krass für dich wieder her! Ehrlich? Krass! Ja! Ups! Nein! Ach, die kleinen Kerzen kannst du auch was machen, krass! Danke fürs Einbauen! Nein, ich mach dir grad ne Stupel. Waaah! Dein Leben, ne? Ja. Ja. Aber er ist doch... Ich denke, äh... Was ist was man so alles machen kann hier, ne? Ich hab immer ein bisschen was gesammelt hier. Lass dir auch einiges da an, ne? Oh, wieder so ein Ding. Reif wird, glaub ich, ein Fragment fertig. Hier oben ist ne Axt wie drin, ne? Ganz oben. Oh! Es wird so dunkel hier. Es wird so dunkel hier. Oh! Oh! Du musst dir die Kiste einzeln anklicken, du wirst gerettet. Mhm. Also, mich glaub hier oben? Ja. Okay, dann. Ach, ich halte die Wäschen. Oh! Du hast so einen Stein, der am... ... am Holz... ... dranhängt. Bei mir? Der unten der drum rennt, als ... ... am Holzkopstark. Ah! Ah! Cóst wem! Meine Fragen, meine Dings sind fast voll, du. Okay. Ups, Schulgeld. Oh, was ist denn los? Ah! Okay. Huh? Nein! Ich bin wiederhabernd. Oh, sie gehört auch. Ich lieg gerade raus. Eine Teach Card Upgrade Komponente. Oh, das konnte ich nur da oben reinpacken. Okay. Oh. Ups. Oh. Juhu. BISCH LAG NE RUNDE Okay. Ah, ich hab nochmal ein Fragment gefunden. Nice. Oh ja, und 15. 15, ja, die gehören dir. Hm? Die 15 Dinger oben gehören dir. Hab jetzt schon 960. Ja, richtig. 826. Ja, hier ist er jetzt fertig, ne? Ja, nix mehr, ne? Shit. Alles okay? Ich bin runtergeplumpst in einigen Riesenloch. Oi. Da geht's noch tiefer runter. Ach, nee. Ah, das ist hier runter. Boi. Ich komme zu dir. Ich rette dich. Ah, du bist hier runtergefallen. Du, nein. Alter. Du bist so bald. Ja, ich bin hier. Ich bin bei dir. Ich schau. Oh, hier ist Gold. Hier ist Eisen. Und jede Menge Magic Maschinen. Oh, hier ist noch der Eevee abzubauen. Oh, hier wird's ein bisschen tiefer. Und wie kann man? Und wie kann man? Hm? Kann ich das gar nicht abgeben? Oben war das irgendwie. Ja, ja. Dieses Portal, was wir mal gesehen haben, weißt du? Ich bin da. Let's go. Hier ist irgendwas, wieder gucken wir mal, hier unten. Oh oh. Ist das denn für Material hier? Boah, das ist doch lewe. Was? Das hier, wo die raus stehen hier unten? Was, Copperstone? Copperstone ist das. Krass. Aber so. Wir nehmen erst einen Vogel. Du bist tot. Nein! Mit einem Schlag, so scheiße? Da hast du noch einen, einen, einen Weiten gehabt. Oh. Dann hab ich mich vergessen, noch zu heilen. Dann bist du ja gleich zuhause und ziehen. Hm. Achso, du bist ja auf dem Schiff gespawnt worden. Ich bin in Orbit, along, um. W- 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 Hey, das Gate soll ich aktivieren? Ähm, da ist auf der Fläche, also oben draußen, ist irgendwo so ein Gate so ein großes gewesen, was wir mal gesehen haben. Wo ist auf der... Ach, das Teil, dieses große Dingsbundsbomster. Richtig, das wird das Ding sein, was wir aktivieren müssen. Aber ich bin ja auch schon dort. Ja! Ich hab's aktiviert. Okay. Ich hab's aktiviert.